In vielen Bereichen unseres Alltags hat Künstliche Intelligenz bereits Einzug gehalten. Doch wie können wir sie auch sinnvoll in der Hochschullehre einsetzen? In unserem Kurs Künstliche Intelligenz in der Hochschullehre – KI, aber wie? Lernen Sie die Grundlagen von KI sowie praxisnahe Methoden und Werkzeuge kennen, um Künstliche Intelligenz in verschiedenen Bereichen Ihrer Lehre einzusetzen. Der Kurs startet am 31. Oktober auf imoox.at und ist ganz wie auf imoox üblich – kostenfrei und offen lizenziert. Wir freuen uns auf die gemeinsame Wissensreise und den regen Erfahrungsaustausch.